Ja, mal ein ganz anderes Video heute. Wie zeichnet sich eigentlich eine hohe Schwingung aus? Also ich rede ja manchmal gern von Schwingung und Höher-Schwingung. Da kann, glaube ich, die meisten können da was mit anfangen. Aber wie sieht das eigentlich konkret aus, was ja meist selten genug ist in diesen Zeiten, wenn man in einer hohen Schwingung ist? Also ich habe mir überlegt, ich würde gerne mal zwei Sachen unterscheiden. Also wenn ich in so einer, ich nenne das jetzt mal so, irdischen hohen Schwingung bin, dann sieht das so aus, dass man sich komplett wohl fühlt, so ganz geborgen fühlt. Also so ein ganz starkes Zuhausegefühl, geborgen, beschützt, in Kontakt mit sich und was auch immer da noch an einem rum ist. Und das ist ein sehr im Moment sein. Also in diesem Moment geborgen. Also man denkt nicht an die Vergangenheit, man denkt nicht an die Zukunft. Und es ist einfach so ein Gefühl von, oh, die Zeit bleibt stehen. Das fühlt sich einfach rundherum gut an. Aber auch sehr geerdet. Also es ist ein sehr, es ist überhaupt sowieso nur erreichbar dieses Gefühl über eine starke Erdung. Das ist immer, was man immer nicht so zusammenkriegt. Also man kann sich nur an höchste Höhen bewegen, wenn man gleichzeitig total geerdet ist. So hier, anders geht es nicht. Dann dreht man ab und wird im wahrsten Sinne des Wortes abgehoben. Und es unterscheidet dieses Geerdete, unterscheidet es eben auch von so einer drogeninduzierten Schwingung oder Stimmung, die zwar auch scheinbar positiv sein kann oder meinetwegen ist sie auch positiv, aber es hat eher so dieses Thrill-Dopamin-Geschwängerte und sehr Ungeerdete häufig so. Okay, wenn wir jetzt noch einen oben drauf legen, wie fühlt sich denn so eine überirdisch hohe Schwingung an? Weil das ist, was ich jetzt gesagt habe, denke ich, das dürfte für jeden ab und zu mal erreichbar sein. Wenn man es mehr erreichen kann, wunderbar. Es hat auch viel mit einem nice geilen Leben zu tun und so. Wenn man jetzt noch einen oben drauf packt, wie fühlt sich das dann an? Das fühlt sich an wie, also nochmal vertieftes Nachhausekommen, aber nicht unbedingt so ein irdisches Nachhausekommen. Es fühlt sich an wie, als wenn wirklich jedes Atom um dich herum ist geschwängert von, also nicht nur um dich herum, also du verschwimmst mit deiner Umgebung quasi. Dieses Gefühl von ich, Objekt, also Subjekt, Objekt, löst sich komplett auf, ohne dass du jetzt deine Identität oder so verlierst, beziehungsweise dass dich das überhaupt interessiert in dem Moment. Und quasi jedes Atom ist durchdrängt mit unbedingter Liebe. Also es ist so ein alles Gefühl von geliebt sein, ja, verschwimmen dieser Grenzen. Und ja, das kann sich auch, wenn ein, also das sind ja, wann gerät man in diese Momente? Das sind häufig ja so kurze Momente, vielleicht in der Meditation, vielleicht aber auch durch eine ganz tiefe Entspannung, vielleicht auch durch eine ganz tiefe Erschöpfung. Rede auch ein bisschen in meinem neuen Buch drüber. Oder sogar ein bisschen mehr als ein bisschen. Und es kann sich sehr ungewohnt und auch so ungewohnt anfühlen, dass man im ersten Moment regelrecht erschrocken ist. Und ja, irritiert, also das bringt ja natürlich dann auch ruckzuck wieder raus, irritiert ist, ungewohnt anfühlt. Und ja, und ja, und aber auch halt wirklich, man merkt einfach, dass das eigentliche Zuhause nicht das irdische Zuhause ist, ne? Was auch immer das genau heißt. Und kann auch Sehnsuchtsgefühle entwickeln oder es kann anfangen zu weinen und ich weiß nicht was. Das kann schon total drastisch sein, weil wir gewöhnen uns, wir haben uns natürlich hier auf der Erde gewöhnt an diese niedrige Schwingung hier. Und wenn man dann plötzlich in so eine hohe Schwingung kommt, das kann ja schon komplett aus den Latschen kippen und so, ne? Das muss man schon echt sagen. Auch das würde ich immer gerne unterscheiden von drogeninduzierten Zuständen. Also nicht, dass die nicht auch, weiß ich nicht, kenne mich da nicht mit aus. Aber da wird ja gerade viel mit experimentiert mit Psychotherapie unter LSD und Microdosing. Aber ich weiß ja nicht, ich kümmere mich da jetzt nicht so damit aus, dass ich da ein Video drüber machen könnte. Ich finde es auch problematisch, finde es immer problematisch, sich Substanzen, so in den Körper reinzukippen. Weil ich glaube, wir können das alles aus uns selbst schöpfen. Aber warum ist das wichtig? Ja, weil wenn wir daran arbeiten und das, was vielleicht auch auf der Erde viel passiert, dass das Schwierungsniveau sich erhöht, ist das natürlich grundsätzlich was Positives. Nur, es leuchtet sozusagen die Schatten aus, es leuchtet die Schatten aus, das Licht, ne? Also die hohe Schwierung ist ja mehr Licht, ne? Das Licht leuchtet die Schatten aus und zwingt quasi das Niederschwingende nach oben an die Oberfläche, so, ne? Also ich vergleiche das immer gern mit, du hast sozusagen irgendeine Krankheit schlummert in deinem Körper, du nimmst sie gar nicht so richtig wahr und dann bricht sie quasi aus, also sie wird sozusagen an die Oberfläche gezwungen und dann entsteht halt, also bevor du ganz gesund bist, entsteht erstmal so eine Phase von Fieber, ne? Fieber, also was ja auch dramatisch sein kann, trotzdem ein Heilungsprozess ist. So muss man sich das, glaube ich, vorstellen, wenn eine hohe Schwingung auf niedere Schwingungen trifft, die wir auch für alle mehr oder weniger auch noch im Körper haben, kann das durchaus sich auch mal scheißer anfühlen, obwohl es eigentlich eine hohe Schwingung ist, ne? Und ja, kann man, glaube ich, viele Parallelen ziehen, spare ich mir jetzt mal. Aber vielleicht hat es den einen oder anderen weitergebracht, ich finde es ein mega spannendes Thema auf jeden Fall. Also, ich finde es ein mega spannendes Thema, ich finde es ein mega spannendes Thema. Also, ich finde es ein mega spannendes Thema, ich finde es ein mega spannendes Thema, ich finde es ein mega spannendes Thema. Vielen Dank.